Meine Oma ist schuld, dass ich fett bin, weil sie Essensreste in mich fresste Meji mit Chorba an besonders festen und wenn ich aß kann bei ihrem Geld vergessen Und mein Oma will, dass ich Arzt werde, aber Medizin und ich hab eine Beschwerde, aber ich will eh nicht und ich sage jeden Tag, meine Schuhe